Jetzt darf ich es sagen, offiziell unser neuer Swiss-League-Experte beim iSports. Genau, ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich auch sehr. Jetzt bist du dann, je länger ich mehr, ein bisschen mehr in den Stadien. Du verfolgst die Swiss-League noch ein bisschen mehr. Du hast unter anderem mehr AC Olton gespielt. Du bist dort der Käpt'n gewesen. Was ist nach deiner Karriere gekommen? Wollen wir den Zuschauern erzählen, was du jetzt machst? Wie viel Zeit haben wir? Kurzfassung. Wir sind ein paar Jahre ins Land gezogen. Ich habe mich recht vom Hockey weggenommen. Und mittlerweile habe ich den Weg ins Büro geschafft. Und ich freue mich sehr über dieses Engagement hier. Weil das heisst, ich kann wieder ein bisschen Farbdupfer in meinem grauen Alltag jetzt im November bringen. Ja, hör doch auf, grauen Alltag. Es ist nicht nur Sandro Giur, der neu in unserem Experten-Team ist. Es sind die zwei Herren hier auch noch zusätzlich, die wir neu mit dabei haben. Romano Pargetzi und Cedric Schneuli. Beide haben ihr auch schon auf unserem Sender in dieser Saison gesehen. Und sie sind also zusammen mit dem Sandro Giur, unser Swiss League-Experten-Team.